hallo hellring fans und willkommen zurück zum neuen video wir lösen heute das rätsel um den testus turm den ihr hier auf der zauber insel findet und das hier ist er der testus turm und ja da lösen wir heute einmal das rätsel und zwar geht es darum dass wir drei weiße bestien suchen sollen entsprechend sind das schildkröten geister die wir hier finden können und ja da würde ich euch empfehlen auf jeden fall bogen dazu zu nehmen macht sinn denn manche dieser schildkröten sind etwas weiter weg und ihr könnt sie so dann nicht erreichen ich schnapp mir allerdings jetzt erstmal kurz ein schwärchen irgendeins und verklopfen wir den typ so er ist die erste schildkröte die nämlich findet die ist hier direkt am anfang die steht direkt hier die ist jetzt bei mir leider schon weg kann ich euch in dem sondern nicht mehr zeigen ist aber direkt neben den turm ich zeige euch noch mal kurz den weg also hier vom buch aus entsprechend dann darüber laufen sobald das buch wird habe kommen diese geister raus und dann lauft ihr einmal komplett hierüber und hier ist dann entsprechend die erste schildkröte zu finden so die zweite schildkröte ist im baum versteckt wir laufen hier einfach mal weiter hier drüben durch und deswegen braucht ihr auch einen entsprechenden bogen die ist nämlich hier oben versteckt die schildkröte und da gucken wir mal dass wir da jetzt drauf zielen und dann schießen wir da mit unserem fall drauf und da ist auch schon drunter als brauchen wir noch die letzte schildkröte und die ist einfach wenn ihr hier weiter außen rum läuft ist die hier unten so wo ist er hier unten an der kante müssen sie sein hier müssten wir sie gleich irgendwo finden da unten ist deswegen auch der bogen schießt war mal drauf und das siegel des turms ist aufgehoben so können wir jetzt natürlich wieder zurück zum turm einmal die runde gemacht die geister sind dann auch entsprechend verschwunden und ja jetzt können wir hier einmal in den turm natürlich reingehen und können dann hier die wunderschöne leiter hochklettern und in jedem turm gibt es natürlich auch was cool ist was super cool ist und da gehen wir jetzt hier einfach mal hoch und außen rum vor allem gibt es auch eine schöne aussicht ist es nicht schön und da gehen wir jetzt hier einmal hoch gehen hier rein und können dann hier entsprechend die kiste öffnen und haben jetzt hier ein speicher stein mit dem könnt ihr die plätze für eure zauber erhöhen hier stehen noch ein paar gemälde rum gibt aber keine künstler gemälde also können wir die nicht benutzen ja freunde und das war es eigentlich auch schon das war der testos turm hier findet ideen und ja da bin ich euch viel spaß ganz easy eigentlich und bekommt die mit sicherheit hin und ich sage einmal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal leute freue mich über euer abo über mit euer däumchen hoch und dann sehen wir uns macht's gut ciao ciao